Der Nürburgring, die berühmteste Rennstrecke der Welt. Schauplatz für mehr als 200 Rennveranstaltungen und dutzende andere Events im Jahr. Mit dem legendären 24-Stunden-Rennen und dem Formel-1-Grand Prix als Höhepunkt. Und mittendrin? Das Auto-, Motor- und Sport-Fahrsicherheitszentrum. Mit Fahrtechnikpisten für Fahrtrainings und Präsentationen. Mit Handling-Parcours, Aqua-Planning-Strecke und Schleudersimulator. Kurz, das perfekte Trainingsgelände, um Auto-, Truck- und Motorradfahrer fit für die Straße zu machen. Herzlich Willkommen hier bei uns am Nürburgring. Was wir Ihnen alles bieten können, zeigen wir Ihnen jetzt. Mit Sicherheit besser fahren. Mit diesem Ziel absolvieren jährlich 20.000 Teilnehmer ein Fahrtraining am Nürburgring. Hier wird realitätsnah das richtige Verhalten in Grenzsituationen geübt. Im Theorie-Teil werden die wichtigsten fahrphysikalischen Zusammenhänge erläutert. Und dann heißt es, das Gelernte praktisch umzusetzen. Damit die entscheidenden Reaktionen im Fall der Fälle sitzen. Das hat man mal gesehen, wie so ein Fahrzeug reagiert. Vor allem ist es nicht schlecht, weil man selber eigentlich nie selber so aufpasst, wie man fährt. Sehr interessant, habe ich noch nie gemacht. War sehr aufschlussreich und hilfreich. Macht Spaß. Ich denke auch für die jungen Leute ist das was. Schließlich kommt auch der Spaß am Fahren im Auto-, Motor- und Sport-Fahrsicherheitszentrum nicht zu kurz. Unter Anleitung erfahrener Instruktoren kann hier auch der perfekte Drift oder das Racen auf dem Ring geübt werden. Für Motorradfahrer bedeutet ein Fahrtraining am Nürburgring nicht nur ein großes Sicherheitsplus. Motorradfahren macht auch mehr Spaß, wenn man seine Maschine voll im Griff hat. Ziel unserer Motorradtraining ist es ganz klar, den Fahrer zu sensibilisieren beim Motorradfahren. Und wenn er das Motorrad viel besser spürt, dann hat er auch mehr Spaß beim Fahren. Die richtige Kurventechnik, effizientes Bremsen, schnelles Ausweichen. Mit diesen Übungen werden Biker auf unliebsame Überraschungen im Alltag vorbereitet. Auf dem Trial-Parcours des Fahrsicherheitszentrums werden Geschicklichkeit und Gleichgewicht trainiert. Das Highlight zum Abschluss, die geführte Überlandfahrt durch die Kurven und über die Hügel der Eifel. Falls gewünscht, auf den neuesten Maschinen aus dem aktuellen BMW-Fuhrpark. Auch Brummi- und Busfahrer finden am Nürburgring ideale Trainingsvoraussetzungen vor. Hier kommen die Erfahrung der Instruktoren und das Flair des Nürburgrings besonders zur Geltung. Denn motivierte Fahrer fahren besser. Aber das ist noch längst nicht alles, was das Fahrsicherheitszentrum Nürburgring zu bieten hat. Denn in der grünen Hölle können ebenso aufregende wie informative Veranstaltungen rund um das Thema Automotive durchgeführt werden. Besonders beliebt, die Challenges. Hier heißt es, einen wahrhaft eigensinnigen Rolli auf Kurs zu halten. Ein Auto mit verteilten Rollen im Team zu bewegen. Oder die rutschige Slalomstrecke zu meistern. Kartrennen sind Outdoor genauso möglich wie witterungsunabhängig in der Halle. Und im Ringwerk lässt sich die Geschichte des Rennsports hautnah erleben. Die Highlights für Motorsportfans sind natürlich das Rennerlebnis auf der aktuellen Grand Prix-Strecke und die einzigartige Nordschleifen-Experience. Ob der Außendienst für seine Reisen auf Deutschlands Straßen fit gemacht werden muss. Ob der kritischen Fachwelt ein neues Fahrzeug besonders eindrucksvoll zu präsentieren ist. Ob Kunden oder Mitarbeiter mit einem unvergesslichen Event motiviert werden sollen. Das Auto-, Motor- und Sport-Fahrsicherheitszentrum Nürburgring ist der ideale Ort dafür. Das engagierte Team führt solche Veranstaltungen nicht nur professionell durch, sondern kann auch die Planung maßgeschneiderte Events aus einer Hand anbieten. Inklusive Catering, Konferenzraum, Übernachtungen und Rahmenprogramm. Unser Anspruch ist es, Veranstaltungen anzubieten, die exakt auf die Wünsche und Ziele unserer Kunden zugeschnitten sind. Für alles rund um das Thema Fahren. Also, besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020